Die Maisernte. Eine stressige Zeit für das Lohnunternehmen Rockermeyer. Nachdem die Silos in den umliegenden Biogasanlagen gefüllt sind, geht es weiter mit dem Körnermais. Während Mähdrescher und Traktoren die Ernte auf den Feldern bestreiten, wird mit der LKW-Flotte der Transport für regionale Lagerhäuser durchgeführt. Seinen Kunden bietet Rockermeyer damit das komplette Dienstleistungspaket aus einer Hand. Für den heutigen Auftrag zieht es den Lexion 570 ins Herzen der Hallertau. Zwischen den idyllischen Hopfengärten soll an diesem Sonntagmorgen gedroschen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020